Ja, liebe Mitglieder, liebe Mitarbeiter, liebe Interessenten, es ist soweit, wir müssen handeln. Wir haben in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten intensiv daran gearbeitet, dass wir Kontakt zu den jeweiligen Ämtern aufnehmen, damit wir endlich mal eine Aussage bekommen, wann dürfen wir öffnen und unter welchen Umständen dürfen wir öffnen. Leider liegt uns bis heute keine Information vor und wir haben gesagt, das nehmen wir jetzt in die Hand und werden ab Montag öffnen. Ganz wichtig, natürlich gibt es da gewisse Regeln, die man einhalten muss, zu denen komme ich gleich nochmal später. Aber ich und ich denke mal auch du, Valery, freuen sich, dass wir jetzt endlich, endlich, endlich einen Schritt weiter sind. Also ich sage ganz ehrlich, wir haben die Schnauze voll. Solche Videos wollen wir gar nicht drehen, solche Videos machen keinen Spaß. Dafür sind wir nicht angetreten. Wir haben nicht vor 15 Jahren gesagt, wir werden Fitnessunternehmer, wir eröffnen ein Fitnessstudio, damit du ein halbes Jahr rumsitzt und nicht weißt, was du machen sollst. Ganz ehrlich, ich habe lange überlegt, was sage ich in dem Video. Bleibe ich authentisch? Greife ich jemanden an? Greife ich keinen an? Aber ich sage so wie es ist, das ist ein Armutszeugnis. Das ist ein Armutszeugnis, wie es abläuft. Wir haben fast 40 Studios oder fast 40 Standorte. Haben bestimmt 20 Landkreise angerufen, 20 Behörden. Manche gehen gar nicht ans Telefon, manche wissen gar nicht, was Sache ist. Keiner, kein einziger Mitarbeiter konnte eine Aussage tätigen oder dir eine Antwort geben. Wie geht es für Fitnessstudios weiter? Dieser Plan, der in die Kamera von der Bundesregierung gehalten wurde und gesagt wurde, ey, bei einem Incident ab 50 darfst du trainieren, mit Test, ohne Test. Ganz ehrlich, damit kannst du dir den Popo abwischen. Der bringt gar nichts. Keiner weiß, was Sache ist. Deswegen haben wir gesagt, wir haben die Schnauze gestrichen voll. Wir verstecken uns auch nicht hinter Aussagen. Wir sprechen die Sachen so an, wie es ist. Wir machen auf. Wenn die uns wieder zumachen, dann machen die uns wieder zu. Aber wir trauen uns was. Unsere Kunden haben die Schnauze voll. Mitarbeiter haben die Schnauze voll. Wir haben die Schnauze voll. Und wie wir aufmachen, erzählt euch Viktor. Genau richtig. Also in erster Linie geht es um die Kunden und die Mitarbeiter. Ich muss dir vorstellen, monatelang sitzen die zu Hause. Die kriegen teilweise Depressionen. Ich meine, wir sind ja ständig mit denen im Kontakt über Zoom. Und wir können es nicht mehr auf uns sitzen lassen. Also deswegen werden wir am Montag öffnen. Aber es ist so, dass du das Studio mieten musst. Das ist nun mal leider das Gesetz. Das bedeutet, du hast die Möglichkeit, je nachdem, wer ein Inzidenzwert in dem jeweiligen Landkreis ist, entweder mit zwei Personen aus zwei Haushalten oder mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten, darfst du dann trainieren. Ab morgen in der Zeit von 9 bis 16 Uhr sind alle Leitungen in den Clubs offen, damit ihr euch Termine für die nächste Woche reservieren könnt. Und dann geht es am Montag weiter. Alle Clubs bundesweit werden in der Zeit, Montag bis Freitag, von 8 bis 22 Uhr geöffnet sein und Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Mit diesen Zeiten gehen wir erstmal an den Start und es werden Slots vergeben. Ein Slot ist immer eine Stunde, in der du 50 Minuten trainieren kannst und dann 10 Minuten praktisch die Möglichkeit hast, das Studio zu verlassen und damit wir einmal durchlüften können. Ganz, ganz wichtig. Und das ist auch traurig. Wir dürfen keine Getränke anbieten. Wir dürfen keinen Kontakt zum Kunden haben. Also wir dürfen keine Trainingsbetreuung bieten, sondern wir als Mitarbeiter müssen uns im Hintergrund halten. Aber egal wie es ist, es ist alles besser als gar nichts. Und wir müssen es einfach machen. Also ich persönlich bringe es nicht mehr über mein Herz, wenn ich die ganzen Anfragen der Kunden sehe oder der Mitarbeiter, was endlich weitergeht. Und deswegen, wir machen es einfach. Die Infos, die werden auch noch einmal sowohl in diesem Video oder um dieses Video nochmal schriftlich festgehalten. Es kommt ein Newsletter an alle Mitglieder heute noch. Und wir werden auf der Webseite alle wichtigen Informationen veröffentlichen. Genau. Also bei uns trainieren darfst du. 50 Minuten. Du darfst im Treppenhaus dem Kunden, der nach dir trainiert, oder dem Kunden nicht begegnen. Aber ihr könnt danach zusammen bei Lidl einkaufen gehen. Das ist überhaupt kein Problem. Abstand müsst ihr da auch nicht halten. Müsst aber Mundschuss tragen. Also ich sage es nochmal ehrlich, ich möchte nicht an der Haut der Politiker stecken. Alle Politiker, wenn die Angestellten in einem Unternehmen wären, dann wären die schon längst gefeuert. Wenn die Unternehmer wären, dann wären die schon längst pleite. Du kannst die Entscheidung nicht nachvollziehen. Du darfst in einem Zug, darfst du neben deinem Nachbarn Butterbrot essen, darfst aber nicht im Außenbereich in der Gastronomie mit 100 Meter Abstand ein Eis essen. Das geht nicht. Also man muss die Gesetze nicht verstehen. Ich sage auch nicht, dass die mit einem gesunden Menschenverstand gemacht wurden. Bei uns in Quackenburg bei Teddy musst du mit Termin einkaufen. Daneben ist Rossmann. Überlaufen bis zum geht nicht mehr. Da interessiert keinen, wer da einkauft. Also man muss das nicht verstehen, aber wir sind dazu gezwungen zu handeln und wir werden jetzt handeln. Wenn die Behörden die Studios dicht machen, dann ist das so. Aber wir reagieren jetzt. Wir haben die Schnauze gestrichen voll und wir handeln für die Mitglieder, die uns in der ganzen Zeit unterstützt haben. Dafür nochmal ein herzliches Dankeschön und für unsere Mitglieder, die die ganze Zeit zu Hause sitzen, die sich schon Nebenjobs gesucht haben. Die sagen, ich will arbeiten, aber ich darf nicht. Wir sind dazu gezwungen, ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Unternehmenleben mal in diese Lage komme. Ich weiß, da draußen gibt es viele, viele andere Branchen, die noch viel schlimmer dran sind. Restaurants wissen gar nicht, wann die wieder aufmachen. Von Hotels schon ganz zu schweigen. Also das ist ein Armutszeugnis, aber wir werden handeln. Also es ist natürlich kein Vorwurf gegenüber irgendwelchen Ämtern oder man will auch nicht in deren... Ich weiß nicht, die Mitarbeiter bei den Ämtern, die können auch nicht... Ich habe letztens noch mit einem gesprochen vom Ordnungsamt, ein guter Bekannter von mir. Er sagt, wir haben auch die Schnauze voll. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Das ist in allen Instanzen durch. Die Leute wollen endlich mal wieder trainieren gehen. Natürlich geht der Inzidenzfall hoch oder die Inzidenzzahlen hoch, weil die mehr testen. Ist doch logisch. Würden die weniger testen, wären die Inzidenzzahlen nicht so hoch. Ich weiß, es wird auch wieder viel Shitstorm kommen, wo Kunden wieder schreiben, wie könnt ihr nur... Die Zahlen gehen hoch. Aber ich sage euch eins, Leute da draußen, hört auf Fernsehen zu gucken, hört auf Radio zu hören und strengt oder schaltet euer eigenes Gehirn ein und denkt einfach mal selber kritisch über das Ganze nach. Und dann werdet ihr sehen, oder stellt mal die Sachen einfach in Frage. Und wir stellen viele Sachen in Fragen und es geht so nicht weiter. Also ob Shitstorm kommt oder nicht, wir sind bereit, diesen Weg zu gehen und müssen diesen Weg gehen. Weil wir können nicht zugucken, dass sowohl unsere, aber auch die Existenz der Mitarbeiter vielleicht irgendwie aus dem Ruder gerät. Also das geht nicht. Und deswegen plädieren wir einfach an den gesunden Menschenverstand. Wenn du uns besuchst zum Training, bitte, egal ob du Mitarbeiter bist oder ob du Kunde oder Mitglied bist, halte dich an die Regeln. Die haben wir nicht wir gemacht. Genau, das haben nicht wir gemacht und das liegt dann wirklich in eurer Hand. Und da bitten wir drum, dass wir lange, lange aufmachen können und dass es auch so bleibt. Ganz, ganz wichtig. Wir haben gesagt, das ist für uns so der erste Schritt ab Montag, dass man die Studios mieten kann. Und werden dennoch gucken, wenn der gewisse Landkreis wieder Lockerungen freigibt, werden wir auch diese Studios in diesem Landkreis wieder weiter öffnen. Also mal angenommen, 14 Tage später dürfen wir öffnen, ohne zu mieten, werden wir das natürlich auch tun. Aber das ist für uns der erste Schritt in eine Normalität. Es reicht. Wenn die Herrschaften da oben am 22. sagen, Fitnessstudios dürfen wieder aufmachen, wir sind die Ersten, die wieder aufmachen. Also ich betone es nochmal, der Shitstorm ist uns egal, aber ich denke mal, die meisten Kunden und die meisten Leute, die uns folgen, werden es verstehen und werden sagen, Yo, das feiere ich, dass ihr aufmacht, wir trauen uns was. Und wie gesagt, wir haben die Gesetze nicht gemacht. Am liebsten würden wir morgen komplett aufmachen und alle endlich mal trainieren lassen. Wenn Gesundheitsexperten sagen, Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes ist auf mangelnde Bewegung zurückzuführen, dann aber selber in irgendwelchen Fernsehsendungen sitzen und sagen, nee, aufmachen dürfen wir nicht, dann verstehe ich das nicht. Du musst dir ja vorstellen, du kannst heute, wenn du essen willst, nach Mallorca fliegen, im Restaurant essen und zurückkommen. Ja, überhaupt kein Problem, in einem Tag. Aber bei deinem Stammlokal, wo du jeden Tag früher gegessen hast, darfst du... Valerio, du musst ein bisschen leiser reden, weil das Mikro ist schon hingefallen. Wenn ich ins Netz gucke, wie viele Gasthöfe gerade auf dem Markt sind, die zum Verkauf anstehen. Wir haben ja ein bisschen internes Wissen, kennen auch so ein bisschen die Hintergründe in vielen anderen Ketten. Wie viele große, namhafte Ketten, die schon seit Jahrzehnten auf dem Markt sind, gerade am Wackeln sind. Und das haben wir alles gewissen Entscheidern zu verdanken. Ich weiß es nicht. Also man sagt nicht, man sagt immer, wirf nicht mit Stein, wenn du im Glashaus sitzt. Ich weiß nicht, wie ich entschieden hätte. Aber ich weiß, es gibt da draußen auch Politiker, die einen gesunden Menschenverstand haben, die auch richtig entscheiden. Ich weiß nicht, wie ich in der Lage reagiert hätte. Aber ich entscheide als Wirtschaftsunternehmer und ich entscheide für meine Mitarbeiter und für meine Kunden. Also wir haben es entschieden. Richtig. Wir freuen uns unheimlich. Genau. Du hast bei uns auf der Seite nicht einen Post, sondern einfach eine Story gemacht. Wir haben so viele Nachrichten, wie wir noch nie bekommen. Vielleicht nochmal erwähnt, wenn du nicht Mitglied bei uns bist und sagst, mein Mitbewerber oder die Mitbewerber vor Ort, mein Studio macht es nicht, dann meldet euch bei uns. Wir werden auch eine Möglichkeit finden. Aber verstehe bitte, dass unsere Mitarbeiter, unsere Kunden, die schon seit gefühlt einem Jahr uns unterstützen, ohne dass da eine Leistung dahinter steckt, die wir nicht erbringen können oder keine richtige Leistung, die stehen natürlich an erster Stelle. Aber wir werden auch nicht unterscheiden, ob der Kunde jetzt gezahlt hat oder nicht. Wir lassen alle trainieren, weil wir uns sicher sind, wenn der Spuk vorbei ist, dann werden es alle Kunden uns danken. Ja, ich denke mal, es wurde jetzt viel gesagt und es wurde alles gesagt. Wie gesagt, weitere Informationen werden regelmäßig folgen, ob über Newsletter und bei uns auf der Homepage oder auf den Social Media Kanälen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du dieses Video teilst, dass wir da draußen so viele wie möglich erreichen und dass du uns auch folgst, dass du immer auf dem neuesten Stand bist. Also, ich habe alles gesagt, ich freue mich und alles Weitere zum späteren Zeitpunkt. Und ich wiederhole mich noch einmal gerne, morgen in der Zeit von 9 bis 16 Uhr sind alle Telefone frei, um sich für Montag oder halt für den Laufe der Woche die Termine zu sichern. Dann sind wir Samstag und Sonntag nicht erreichbar. Und ab Montag von 8 bis 22 Uhr und am Wochenende von 10 bis 16 Uhr. Dann sind die Telefone alle frei. Wichtig vielleicht, Viktor, die Telefone in den Clubs. In den Clubs, genau. Die kennt ihr alle. Richtig, genau. Auf der Homepage sind die alle veröffentlicht. Da meldet ihr euch bitte direkt immer in dem Club. Ja, von meiner Seite, ich würde noch viele, viele andere Sachen sagen, aber ich verknallfe es mir lieber. Ich bin mir sicher, da draußen gibt es auch ganz, ganz viele andere Leute, die sich gerne den Frust von der Seele reden würden. Ja, ich freue mich wirklich, dass es ab Montag wieder losgeht. Und ich denke mal, die Kunden von uns und auch die Mitarbeiter werden sich genauso freuen. Deswegen, wir sehen uns hier auf dem Kanal oder vielleicht mal persönlich im Club. Bleibt gesund. Bis dahin, alles gut. Und dass der Spuk bald vorbei ist. Jo. Ciao.